hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge raft hier auf der web tv so für heute steht tauchen an ich habe schon alles vorbereitet wir müssen aber noch ein bisschen was forschen und zwar haben wir zum einen hier das feuerwerk gefunden dann kann ich hier einmal die eier erforschen das hatte ich gar nicht auf dem schirm und damit bin ich dann in der lage heilsalbe also herzustellen weiß nicht was der unterschied zwischen den beiden ist aber das einzige was jetzt noch fehlt ist ein fortgeschrittenes sammelnetz und dafür fehlt uns titan und dafür brauchen wir glaube ich den metalldetektor den ich aktuell noch nicht habe jetzt mal major tom noch mal hier hin war und dann pennen wir hauen uns was zu essen rein und dann würde ich sagen gehen wir direkt los erstmal den kleinkram hier weg schnabulieren ich habe auch schon ein netz dings nachgebaut dass wir das hühnchen fangen können wenn wir es das nächste mal sehen so was haben wir denn hier noch so ein smoothie den würde ich mir wohl geben ja und mit dem rest bin ich jetzt so erstmal zufrieden taucherflosse das ding kann die rüstung weg ja ich behalte das mal ein ersatz haken habe ich sehr schön und ansonsten brauche ich glaube ich nichts weiter das sollte passen gut dann laufen wir mal direkt los gehen wir jetzt auch hier unten rum ich glaube das war direkt hier vorne irgendwo die stelle die wohnwagen hier habe ich schon gemacht den weg nach oben das hatte ich am ende der letzten folge noch aufs kenneben erledigt aber aber nichts besonderes denn das klassische ludzeug habe aber gesehen dass hier eine notiz liegt und ich weiß auch dass es hier nach unten geht deswegen fangen wir hier mit der notiz an habe ich alles ausgerüstet und los und da geht es los ich wusste dass die fiecher hier irgendwo rum eiern so schrott nehme ich alles mit eisen und so nehme ich alles mit wenn ich was finde hier liegt noch mehr zeug rum steine und so lasse ich liegen das brauche ich nicht sehtank zeug brauche ich auch nicht kein mit doch da vorne ist metall sehr schön also da vorne schon wieder ein kugel fisch kugel fisch ich gehe einmal zur glocke zurück da vorne geht es weiter runter nehmen wir das hier noch mit bräuchern ihn noch mal her und holen wir uns gleich noch den kugel fisch ja ja ist ja gut wir schaffen das schon keine sorge oh Mist ich muss noch einen höher dachte ich wäre schon richtig komm schon jawohl so ich denke diesen kugel fisch wird der bogen aber nicht packen da ist er versuchen wir es schnell schnell nein Mist habe ich einen geklecht verschwendet was soll es so gucken wir nochmal hier habe ich jetzt alles jetzt bin ich eh hier jetzt gehen wir noch mal luft holen und dann geht es weiter runter ich finde das echt geil gemacht hier unter wasser muss ich sagen sind immer so schöne mini games zwischendurch wenn man das mini games nennen kann ich bin mir nicht sicher aber ich finde es halt schick hier noch mal eben ums eck sind schon wieder kugelfische da unten aber ich glaube wir gehen erst mal hier lang erstmal gibt sie ein bisschen eisen und ich glaube dass hier unten in der kuppel noch mal was war zum luft holen was wir auf jeden fall mitnehmen müssen da doch hätten wir von der anderen seite auch erreicht aber egal einmal durchatmen dann hier noch mal das eisenzeug oder kupferzeug mitgenommen sehr schöne kümmer auf der nächsten überfahrt auf jeden fall ordentlich was ausbauen wieder da ist noch mehr reisen ja wegen dem kugelfisch jetzt ein bisschen ärgerlich aber weine ich jetzt nicht hinterher weil im endeffekt kriegen wir danach genug tiere habe ich jetzt alle schon glaube ich die ich haben wollte ja ganz ruhig beim body der lebensbalken geht aber echt zügig unter so hier hatten wir jetzt soweit alles da vorne ist noch ein bisschen was und da ist schon wieder ein kugelfisch deswegen sind mir die in erinnerung geblieben ja alle drei meter einer ist jetzt die frage gehe ich noch mal hoch oder gehe ich weiter runter ich glaube ich gehe noch mal hoch hier ist nämlich noch so viel zeug zu holen da ist noch was das nehme ich auch noch mit so hier nehmen wir alles mit ne dann ist da müsste dadurch haben wir so den teil hatten wir soweit da hinten liegt noch ein bisschen schrott hier liegt noch schrott ist das eine kiste rote melone noch irgendwas dann weiter da liegt aber unten ist schon wieder luft das ist gut und kugelfisch das ist jetzt die große frage kommen wir da an dem kugelfisch vorbei oder müssen wir den machen das hat geklappt so jetzt aber schnell oh ich glaube das schon das ende oder jawohl sehr geile nummer so dann wollen wir noch mal gucken teil einer sei rutsche metalldetektor da ist er ja und schlüssel zur krankenhausstation okay den werden wir wohl nachher auch brauchen so und luken wir jetzt noch mal schnell und dann haben wir es glaube ich schon fertig ne oh cool fisch ich habe nur den schatten gesehen ich weiß nicht wie nah der ist der war schon sehr nah der ging daneben der nicht da hinten ist noch metall so kommen wir mal schnell oder ist so viel ne ich hole noch mal luft krass haken ist eh durch dann können wir den einmal tauschen so dann noch mal in die richtung da ist noch mal mitteil wo geht es denn nach vorne hin ich glaube ich habe mir noch nie wirklich die zeit genommen hier mal in diese nischen rein zu gucken guck dir das mal an so schön da muss ich jetzt einmal ein foto von machen ich glaube das ding hatte ich noch nie war aber jetzt auch nicht so geil so wie ich das gesehen habe ganz viel glas und hier geht es wahrscheinlich nur raus ins tiefer ja okay schnell wieder zurück einmal luft holen dann auf der anderen seite noch die ärzte mitnehmen und dann sind wir schon wieder auf dem weg nach oben so mal kurz einmal sortieren essenstechnisch habe ich nichts dabei ich hätte aber hier so ein päckchen oh eine sonnenblume herrlich rote melone ich glaube das rezept habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt sieben von diesem kugelfisch zeug leute seid ihr verrückt okay also ich glaube das werden wir wohl so schnell nicht wieder fahren müssen weiß nicht ob das nachher vielleicht noch eine andere verwendung irgendwie hat aber so wir haben alles gehe ich hoch schaffen wir das ne komm ich hole noch mal luft dann machen wir das ganze in ruhe nicht dass danach wieder irgendwelche kugelfische auf dem weg auf uns warten oder ich dann doch irgendwelche rohstoffe übersehen habe die ich noch unbedingt einsammeln muss ich finde schön dass es unter wasser regnet in diesem spiel das habe ich glaube ich so in dieser form auch noch nie woanders gesehen ja den überspringen wir ich gehe jetzt einfach gerade hoch hier war nämlich schon wieder der topf irgendwo da ist schon wieder ein kugelfisch aber die viecher die spawnen hier so schnell nach treffen wäre noch eine schöne sache bin ich zu blöd oder was da vorne ist der topf oh das wird wieder eng das wird wieder eine enge kiste sechs kugelfische acht okay dann kommen da mehr raus als einer pro ist mir jetzt und der nächste eigentlich würde ich gerne nach oben locken aber ja gut das schaffen wir jetzt auch so ist da schon wieder einer ne das ist das rohr ich wollte gerade sagen jetzt geht es aber los wir haben es geschafft so wir haben alle teile einer seilrutsche das heißt wir können im prinzip jetzt einmal nach ganz oben huschen das machen wir jetzt auch und zwar direkt über diesen weg hier würde ich sagen wird schon wieder dunkel das war wenn es die seilrutsche jetzt schon mal gebastelt kriegen und dann werde ich in der nächsten offscreen session den metall detektor vorbereiten hier ging es lang ja wie gesagt gelootet hatte ich das alles schon so alle hopp alle hopp alle hopp das hühnchen mehr gleich noch interessant wenn wir das vielleicht noch hinkriegen würden aber jetzt erst mal hier rein und die seilrutsche zusammenbauen dass wir die schon mal haben sagt ja wohl ach wie hat das jetzt wieder nur ein rezept gegeben ja tatsächlich ja gut dann müssen wir noch mal zurück dann gucken wir mal ob wir das hühnchen unterwegs noch mitnehmen können das war doch auch hier irgendwo habe ich den verschossen grad hier auch tatsächlich ich weiß nicht warum ich irgendwo gegen gebullert war naja gut ist egal wir haben jetzt so viel zeug brauche ich gerade neues müssen ja eh noch ein paar mal da hoch glaube ich so gehen wir als erstes hier an also metall detektor seilrutsche und noch so ein seilrutschenteil kommen wir hier noch mal exklusives pulver rein seilrutschen gefierd das andere kann unten rein rezepte hatte ich ja gesagt die schmeiße ich jetzt alle raus machen wir das auch mal so so tauchen brauchen wir jetzt denke ich mal nicht mehr das glaube ich ein neues rezept das war das mal einmal loswerden ne ist kein neues rezept dann können wir es unten an die wand hängen rote melone haben wir schon so also wir bräuchten noch mal netzwerfer exklusives pulver habe ich oben reingeschmissen kann ich jetzt aktuell nicht mit dienen dann lasst uns mal die anderen sachen angucken metall detektor kunststoff und eine einfache batterie eine einfache batterie war glaube ich hier kunststoff fehlt jetzt weiter nichts ist einfache batterie seilrutschen geschirr habe ich netzwerfer fehlte das explosive pulver das hier wollte man haben bums einmal metall detektor seilrutsche habe ich jetzt passt ach ich hätte eine leere batterie nehmen sollen zum bauen eigentlich wäre vermutlich klüger gewesen naja jetzt ist zu spät habe ich denn die köpfe alle eingelagert hier genau so der rest kommt nach oben so schleim zeug rüber erze boah was wir an erzen haben kupfer vor allem richtig viel zeug gut dann lasst mich mal jetzt noch mal gucken essenstechnisch was kann ich denn da mal eben zusammenbauen beeren habe ich keine fische habe ich keine kann ich nur das normale gemüse zeug hier nehmen so dann kommt mal los war noch besser als gar nichts haben wir uns die milch gleich noch rein gehen wir einmal runter bauen uns die zwei dinger wer weiß was da machen warten eben noch ab bis das ding fertig ist ich hole mir in der zeit mal eben meine honig waben oder die ausbeute war ja riesig hier auf dem grill habe ich gerade auch nichts drauf sollte ich vielleicht mal machen so kommen wird fertig hier habe ich noch tun fallen ja habe ich perfekt ach verdammt da sind ja keine planken drin ich bin wieder so ein held ohne planken wird das nichts und ich kommt gleich nach unten na was ist hier los so da ist es endlich fertig das zeug essen ist auch durch gehen wir pennen dann können wir noch mal exklusives pulver durchtauschen dann können wir gleich drei stück basteln und das finde ich gut so das kommt hier rein essen können wir gerade noch einen tropfen beziehungsweise trinken den einmal raus eine schüssel hätte ich gerne hier was ist da los ach da fehlen auch plan ich bin doch ein trockl jetzt ist fertig sehr schön so essen trinken haben wir alles dann gehen wir runter zack ich hätte gerne noch ein bisschen munition für den netzwerfer seile fehlen jetzt nicht mehr drei schuss das sollte wohl reichen gut wir haben die seilrutsche wir haben den metalldetektor das passt dann würde ich sagen fangen wir vielleicht mit dem buschen hier an ich weiß gar nicht mehr wie das ging einfach rumrennen glaube ich und irgendwann fängt er an zu piepen und dann musst du dem hinterher rennen wir müssen eh nach ganz oben da war was ein piepser und jetzt ist er wieder weg jetzt kommen wir näher mit dem huhn werden wir uns gleich noch mal auseinandersetzen war ich da oben schon drauf ne ne wo ich das gerade so sehe hier geht ja noch eine leiter hoch aha na gut dass ich das noch gesehen hab grad mehr ist ja auch nicht zu holen aber das war schon sehr wichtig so wie funktionierte das jetzt hier hoch glaube ich ne ahja guck mal und hier wird der metalldetektor auch immer schärfer so ist jetzt die frage den machen wir zuerst hier den major und abspringen ich weiß nicht ob hier irgendwas auf uns wartet hier war ich auch noch nicht okay falsche seite gewählt also muss auf der anderen wo der major hat ja ein bisschen platz hier ne drei teile eines ladegeräts ist das das ding für das batterieteil das wäre natürlich geil hut des bürgermeisters wie schick mal gucken jawohl sehr schön nehmen wir mit schüssel zur truhe des bürgermeisters okay das hilft uns jetzt gerade nicht weiter aber ich würde jetzt mal vermuten dass wir den bestimmt hier irgendwo kriegen dann fangen wir unten an ne hier ist nichts hier ist auch nichts aber es geht noch einen höher ne hier so dann gehen wir noch einen hoch ich nehme den umständlichen weg ich weiß es gab einen einfachen aber ist mir egal hier ist sonst auch nichts aber es geht noch einen höher ne hier jetzt können wir dahin zurück oder darüber waren wir da schon ja da waren wir schon da brauchen wir nicht hin gut dann hier rüber von hier geht es jetzt da oben auf das dach da waren wir schon drauf müssen wir jetzt nicht hin ich nehme mal an hochrutschen wird wohl nicht so gut funktionieren das heißt wir müssen hier auf jeden fall nachher nochmal hin hier ja noch die kiste von dem typen ist da oben ist auch noch irgendwas zu machen titanerz wie geil so den teil haben wir jetzt die große frage wie kommen wir jetzt am geschicktesten wieder dahin weil ich will ja auf die andere seite noch rüber hier lang glaube ich hier lang glaube ich oh wir kommen näher oh oh bitte nicht da unten ne hier ist es irgendwo so wie war das jetzt buddeln jo gleich geht die schaufel kaputt wow was wir an mats bekommen haben überreste die können wir schon mal essen das kommt hoch das können wir gleich mal essen ne schaufel haben ne das ist ein ruder ne paddel wir haben das ladegerät das ist schon mal cool na das war wohl nicht so geistreich gut also hier ist jetzt erstmal nichts mehr da können wir hier hoch und dann war noch irgendwo ein ganzer inselteil wo wir noch nicht drauf gekommen sind weil uns diese sei rutsche gefehlt hat hier ist es ja die sehen irgendwie aus wie zombies schweine und bieten gibt es ja auch noch mal mach das jetzt mal erstmal auf die langweilige art wenn ich zum trepp tue ich nicht boah wie viele da unten rum rennen wieder daneben ah das glaube ich erledigt gucken wir mal dass wir die alle schon mal schön andötzen hier mit unseren pfeilen 3 3 treffer brauche ich dann ist gut das war's versuche ich jetzt hier das erste zu looten kriege ich dann vielleicht meine pfeile wieder oh oh alter bist du wies und was für knockback du hast mach ich es halt so 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 na die geben aber auch kein fleisch die viecher ne ok der schaden scheint sich schon mal zu sammeln ich brauche das netz habe ich das ja komm ran hier ihr bienchen das war nur der eine schwarm habe ich das haben wir auch aber ein schwein fehlt noch ich vermisse noch ein schweinchen ähm bist du runter gefallen so sorry leute da war die klinge mal wieder im spiel ähm ich habe jetzt auch gerade geguckt habe vor panik die aufnahme beendet anstatt einfach pause zu drücken jetzt musste ich erstmal gucken wie lange wir schon gemacht haben und ui haben wir schon wieder fast eine halbe stunde voll gehabt hier aber jetzt nicht schlimm wir machen den teil hier jetzt fertig so viel kann das da jetzt nicht mehr sein machen wir heute mal ein bisschen länger die haben doch nicht nur von schweinen sondern auch von hyänen gesprochen oder heilsalbe das ist doch mal nett schlüssel zur bürgermeistertruhe die hätten wir ich habe drei Tage in einen schwein hier schwein wie ein bürger ich glaube nicht ich kann mich auf meine und diese Leute wissen es ich habe ihnen zu verlieren ich habe mich hier ich habe die Pigs ich habe es geblendet ich habe sogar nicht gesehen die butchern werden mich alles wurde als die Olock Wiltströme kam und ich sehe es nicht wie ein Wilt-Sitters ok schleichender prozess aber auch hier muss ich wieder sagen sehr schön gemacht der ganze spaß gefällt mir so jetzt war nur die frage wie kommen wir hier noch mal raus hier sind wir her gekommen hier hatte ich jetzt glaube ich alles bäume habe ich auch alle nachguckt das eine schwein vermisse ich irgendwie noch aber gut dann ist das halt so also dann gehen wir jetzt noch mal hochholen den bürgermeister schlüssel den metalldetektor noch mal anschmeißen was für ein glück hier oben ich will da nicht und nein ich wollte da nicht runter na gut dann noch mal hoch aber da war doch nichts was hätte denn da bitte sein sollen so schnellster weg nach oben ist glaube ich hier lang dann noch mal eben zum bürgermeister rübergerutscht haben wir schon wir haben auch noch keine neuen koordinaten oder irgendwas ne dann muss der bürgermeister in seiner kiste etwas haben was wir brauchen ach und das huhn wollte ich doch auch noch holen also einmal hoch hier war der bürgermeister ist mal im prinzip schon dass uns nichts erwartet aber die kiste hier brauchen wir noch motorsteuerung was das denn heißt dass ich kann mehrere motoren auf einmal anmachen das wäre natürlich geil aber ich habe trotzdem noch keine was habe ich denn jetzt übersehen irgendwas muss ich hier übersehen haben ok wir wollen erstmal das hühnchen gehen zurück aufs floß ich dachte wir wären fertig vielleicht noch mal hier oben in dem haupthaus gucken jetzt so wir alles haben oder warte mal ich hatte noch einen anderen schlüssel bekommen vielleicht hat der ja noch irgendeine bedeutung hier ist definitiv nichts mehr muss mich mal kurz gucken sind alle aufgebraucht alles was ich hatte ist aufgebraucht ich habe doch unten irgendwas gekriegt krankenhausmäßig vielleicht müssen wir da noch mal gucken so erstmal mein netzwerfer bitte ich irgendwas essen dabei ne ne so bitte das hat schon mal geklappt jetzt müssen wir nur noch den weg nach hause finden der dürfte nicht mehr so weit sein und da muss ich mir gleich echt noch mal gedanken machen was ich übersehen haben könnte außer dass wir viel zu viele tiere haben ich brauche ein größeres fluss so ich werde mal ein eisen jetzt noch einschmelzen hier ach gibt es doch gar nicht so jetzt so und so dann gehen wir einmal hier an lernen den ganzen kram titan barren zwei stück hammer kann ich einen zum einschmelzen benutzen ermöglicht es dir alle motoren von einem ort zu steuern das natürlich geil und das ist ein ladegerät was an treibstoff ach so um die batterien dann wieder aufzuladen okay das ist schick das auf dem pen war jetzt mal immer machen es noch mal schnell hell ich habe schon wieder keine planken da drin gehabt nicht schlauberger gut dann gehen wir einmal aufräumen so netzwerfer werde ich wohl nicht mehr brauchen das ding auch nicht mehr rezepte habe ich gesagt schmeißen wir raus wobei warte mal die habe ich ja noch gar nicht gelernt nicht dass die nachher weg sind ähm das explosive pulver behalte ich jetzt für den moment auch erstmal noch metalldetektor behalte ich jetzt auch erstmal am bahn rest ist soweit okay so dann lasst uns nochmal eben hochgehen ist noch nicht soweit so dann schmeißen wir gleich zumindest schon mal ein titanerz rein dass ich die dinger hier lernen kann alles andere habe ich ist nur noch das kontrollpunkt okay das heißt den könnte ich dann im prinzip hier irgendwo hinsetzen dann kann ich die motoren immer an und aus machen ohne ständen das ding sieht aber massiv aus sondern immer noch mal runter so heilsalm nehme ich mit die titanerz müssen essen und trinken wie habe ich das ding jetzt gemacht bitte mach mal so machen wir uns hier noch mal ein essen fertig reicht das gar nicht doch los geht's rutzeln wir uns hier noch schnell was ich müsste eigentlich mal diese ganzen lamas hier klar machen super sache wie viele federn das ding gibt okay so ich vermute mal titanerz wird schon eine halbe ewigkeit dauern bis das durch ist dann machen wir das doch so dass wir das noch mal in einer neuen folge verpacken weil das hat jetzt keinen sinn ich weiß nicht was wir machen müssen das muss jetzt erst noch ausfinden jetzt hier die ganze zeit rum eiern und das auch noch bei überlänge ich würde sagen vielen lieben dank an der stelle fürs zuschauen ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir ein abo und like da lassen würdet und dann würde ich sagen sehen wir uns hier in der nächsten folge wieder wenn das titanerz durch geschmolzen ist wie die forschung gemacht haben und dann rausfinden was ich übersehen habe machts gut tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.